Oh, Pabbel, heute Bodycam. Ich musste dich beobachten. Oh, Kameramann, Pabbel. Heute musst du aufpassen, was du sagst, Pabbel. Ich musste dich beobachten heute. Warte mal, warte. Ich gehe mit zwei Dänen und dann gehen wir zu Dänen. Das Deutsche ist super. Kräuter 4, 4, 4, 0. Willst du was sagen? Nein. Was soll das? Nur Aufräumung. Kontrollierst du jetzt hier, dass jeder trägt? Soll ich helfen? Ja. Hier haben wir drei Torhüter und dann Hundetrainer. Hundetrainer. Diese Medienabteilung ist echt skandalisch. Ich denke, das sieht. Brustannahme, Brustannahme. Schwierig, oder? Ja, nur Aufräumung. Geht's, geht's. Komm, Brustaufnahme. Trainieren, oder was? Aufräumung. Willst du was sagen? Nein. Das ist so. Nein. Ha, ha. Haha. Gut, ist es? Gut, ist es? Ah, rechts, links. Kein Problem. Ah, rechts, links. Bisschen bewegen, schade nie. Okay Männer, da mal kurz zuhören. Wir machen jetzt einen Rundlauf. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Station bei Kammer, dann haben wir hier eine Station bei den Bällen, dann bei den Bällen und den Tennis-Bällen, da bei Frank ist noch eine und drüben bei Martin. Können wir da alle bereit? Ja. Nein. Genau, lass genug Abstand zum Folgen. Kein Stress, kein Stress. Lass ruhig bisschen Abstand. Hohe Position, hohes Kiel, viel Bewegung da rein. Der Richterfuß ist vorne, zeigt uns, was die seitlich ist. Männer und jetzt wird geworfen und im Kopf zurück. Auf geht's. Und hier sichern, genau. Versieben sichern, die hat was dahinter. Aber mach mal. Weiß. Der Richterfuß vorne, zwei Kontakte und dann wird geworfen. Schnell ab. Schnell ab. Tempo aufnehmen. Rundschnell durch. Schnell ab. Ja, mach's gut. Ja, mach's gut. Ja, mach mal die Küche links, rechts, rechts, rechts. Badkontrolle und trotzdem Tempo hoch halt. Gut. Oh, ich gehe rein. Ja. Ich gehe dribbling, oder? Ja. Okay. Drück. Stopp. Stopp, stopp durch. Tiefe Position. Geht euch. Geht euch. Kurzer Klatschweg. Go. Nächste Gruppe. Go. Wir sind in fünf Spiele, ja? Wir sind in fünf. Ja. Fünf. Ja. Fünf. Und weiter zu Martin Graben. Hier wieder Position. Andere Richtung. Wir sind in der Stadt. An eurem nächsten Stoppion. Kurz stehen bleiben. Die Fliege und Bedeutung. Die Fliege. Die Fliege. Die Fliege. Geht auf. Schnell mal wieder zu klein. Geht auf. Gibt sich die Fliege. Wir müssen die Fliege voll dir lang machen. War dein Kopf kaputt. Ich habe es kaputt. ja aber nur aufwärmung dann ist die kamera weg nur aufwärmung war deshalb wichtig aber manchmal muss das team aufwärmung arbeiten aufwärmung